Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von MediaMarkt. Aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Singen, Ulm, Neu-Ulm, Memmingen. Herzlich willkommen hier in MediaMarkt Neulm. Ich präsentiere Ihnen die vernetzte Welt. Die vernetzte Welt bedeutet, Sie können mit Ihrem Smartphone oder Tablet Ihr Zuhause steuern. Das ist die Steuerungszentrale. Hier laufen alle Informationen zusammen und werden gespeichert. Sie können den Heizregler damit steuern, Bewegungsmelder, Rauchmelder oder auch die Steckdose. Die Kameras sind natürlich ein großer Bestandteil der vernetzten Welt. Hierbei gibt es Außenkameras und natürlich auch Innenkameras. Sie können direkt das Geschehen vom Smartphone oder Tablet abrufen. So sieht es aktuell in unserem MediaMarkt Neulm aus. Ich kann natürlich nicht nur auf die Kameras zugreifen mit meinem Smartphone oder mit dem Tablet, sondern auf alles, auf die gesamte vernetzte Welt. Bei weiteren Fragen kommt einfach in unserem MediaMarkt vorbei. Danke und Tschüss. Danke. Danke. Danke.